Hallo ihr Lieben. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber wir hier vom Orga-Team des Channeling-Kongresses, wir sind schon ganz aufgeregt. Denn jetzt geht es bald los. Der Channeling-Kongress 2024, der bereits fünfte seiner Art, der eröffnet die Pforten am 19. bis 29. Oktober. Das heißt, das ist der offizielle Zeitraum. Denn eigentlich geht es bereits am 18. Oktober los, nämlich mit einer Eröffnungsmeditation von Pavlina Klemm. Also im Grunde vom 18. bis zum 29. Oktober wird der Channeling-Kongress stattfinden. Es sind ganz fantastische Referenten zusammengekommen und das drückt sich auch in den Livestreams aus, die also dann nicht nur am 18. die Eröffnungsmeditation von Pavlina Klemm, sondern auch ab dem 20. bis zum 29. stattfinden. Wir werden am 19. werden wir gemeinsam noch in eine große Meditation eintauchen und dann geht es wirklich Schlag auf Schlag. Also wir haben dann Livestreams von Kerstin Simone, von Tanja Konstantin, Christiane Hansmann, Tanja Matthöfer, von Anni Brückner, Achim Gratwohl, Marisa Schmid, Christine Arana-Fader, Melanie Missing und Katja Kramer. Ihr seht schon, das ist ein ganz und gar hochkarätiges Team, das sich da versammelt hat. Und es werden auch wieder in diesen Livestreams sehr viele spannende Channelings enthalten sein. Das heißt, wir werden uns nicht nur auf Gespräche freuen dürfen und wieder auch sicherlich gemeinsam meditieren und Übungen durchführen können, sondern es werden auch die lichtvollen Begleiter unserer Referenten dabei sein und in vielen Fällen wahrscheinlich ebenfalls zu Wort kommen. Ja, außerdem werden wir bestimmt hin und wieder Gelegenheit haben, Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer aus den Live-Chats zu beantworten. Es wird also ein prall gefüllter Abend voller Überraschungen, was die Inhalte anbelangt, denn natürlich ist das Ganze auch außerordentlich zeitgemäß. Wir erinnern nur an den Titel unserer Veranstaltung dieses Jahr, Frieden in dir. Diese Titelwahl entstand auch wieder im Dialog mit der geistigen Welt, wie ja eigentlich alles von dem, was hier so passiert. Und von daher wissen wir, es geht wirklich darum, durch diese vielen verschiedenen Aktionen, die da stattfinden, an den jeweiligen Abenden, in den Livestreams, im Gespräch mit dem Referenten, durch die Meditationen, durch das Gespräch vielleicht auch mit der geistigen Wesenheit, hineinzukommen in diesen Frieden über ein größeres Verständnis, das wir dann in der aktuellen Tagesenergie erleben können. In einer Energie, die wahrscheinlich für uns eine sehr beruhigende, geschlossene und vertrauensvoll, liebevolle und lichtvolle Energie sein wird, die uns ganz und gar umhüllt und schließlich auch einhüllt und erfüllt. Und darauf dürfen wir uns freuen. Seid mit dabei, genießt diese verschiedenen Veranstaltungen jeden Abend dann genauso wie wir. Es wird eine wunderbare Veranstaltung und wir freuen uns alle sehr auf euch. Euer Michael und das ganze Team des Channeling Kongresses. Das ganze Team des Channeling Kongresses